So, damit begrüße ich euch hier zu einem kleinen Informationsvideo über den Kanal Gaming Potatoes. Im Hintergrund seht ihr gerade eine kleine Mitfahrt auf der Mega City Map von Kartoffelhausen Hauptbahnhof in Richtung Kartoffelhausen West. Und worüber ich mit euch gerne sprechen möchte, ist der grobe Kanalablauf des Kanals Gaming Potatoes. Und in der nächsten Zeit möchte ich euch da auch hauptsächlich mit dabei haben. Deshalb mache ich dieses Infovideo, denn es gibt unten in der Infobox eine kleine Umfrage und ich bitte euch da teilzunehmen. Ich denke, ich habe schon einige Stammzuschauer hier mit dabei und ich hoffe, ihr macht da natürlich auch mit. Und ich habe mir in der Weihnachtspause ein paar Gedanken darüber gemacht, was ich denn so in nächster Zeit gerne auf dem Kanal bringen würde. Ich möchte das gerne nicht alleine entscheiden. Ich möchte euch da mit dabei haben, denn wenn man sowas allein entscheidet, dann nimmt man einfach die Community nicht mit dazu und das finde ich einfach total bescheuert. Denn ihr seid ja der Grund, wieso ich diese Videos mache. Deshalb meine Frage und zwar habe ich ja euch schon in einem Infovideo davor mitgeteilt, dass ich das Projekt Mega City Map gerne als reines Livestream-Projekt machen möchte. Das werde ich nun ab sofort so durchsetzen. Daraus schlussfolgern kann man, dass das reine Ruhr-Projekt ab sofort als YouTube-Projekt läuft und auch da hätte ich gerne, dass ihr da an der Abstimmung teilnehmt, denn ich habe das Ganze mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe rumgefragt. Ja, wir sind uns da nicht so ganz einig. Der eine möchte das so, der andere das gerne so. Deshalb möchte ich gerne euch da auch mit einschließen. Und zwar geht es um folgendes. Ich habe geplant, das Rhein-Ruhr-Projekt offline zu bauen und euch ein bis zweimal die Woche ein Update-Info geben. Das eine wäre sicherlich irgendwann am Wochenende und das andere während der Woche. Da bekommt ihr sozusagen mitgeteilt, was ich so offline gebaut habe und könntet dann das Ganze in einem kleinen Zusammenschnitt sehen. Und es werden gegebenenfalls auch Mitfahrten dabei sein, denn ich denke, man kann nicht 20 Minuten einfach nur labern. Deshalb gibt es da eine kleine Mitfahrt. Aber das alles entscheidet ihr. Und zwar so, wie ihr es möchtet. Nicht so, wie andere entscheiden, sondern so, wie ihr es gerne möchtet. Wenn ihr gerne irgendeinen anderen Vorschlag habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, wenn dieser Vorschlag nicht bei der Abstimmung mit dabei ist. Ansonsten bin ich auch immer im Forum erreichbar oder bei YouTube direkt. Per E-Mail geht natürlich auch. Die E-Mail bekommt ihr von YouTube. Es gäbe noch einen anderen Vorschlag. Und zwar alles, was ich mache. Das heißt, alle Umbauten, die noch jetzt folgen werden, alle, ich weiß nicht, jede Hausplatzierung, jede Straßensetzung wird aufgenommen. Und ihr bekommt es dann als Timelapse. Was ich persönlich dann eher, wo ich dann eher sagen würde, das wäre dann langweilig für euch. Denn ich finde so ein Übersichtsvideo so ein bis zweimal die Woche ist da dann durchaus sinnvoller. Aber wie gesagt, das entscheidet alles ihr. Was wollte ich noch sagen? Bitte nehmt an der Abstimmung teil. Zudem wird es noch eine zweite Abstimmung geben, wo es drüber geht, was es denn für Projekte hier auf meinem Kanal noch geben sollte oder ob es diese Projekte eher nicht geben sollte. Ich weiß, die meisten von euch sind natürlich hier auf dem Kanal wegen Transportfieber. Und der meiste Zuwachs kam natürlich auch durch Transportfieber. Das ist logisch. Auch dabei habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Und zwar kamen ja jetzt in letzter Zeit Videos, teilweise von Livestream-Ausschnitten. Ich nenne da mal Scribble IO. Oder auch mal, was wir gespielt haben, Curve Fever 2, einfach mal so am Abend. Dann wird dann auch noch mal demnächst GTA folgen, das ich mit Jason aufgenommen habe. Ist schon etwas länger her. Und auch da ist mir eure Meinung wichtig. Möchtet ihr gerne ausschließlich Transportfieber sehen? Das heißt gerade so Übersichtsvideos. Das heißt, es würde aber nur zweimal die Woche ein Video kommen. Oder möchtet ihr gerne auch mal was anderes sehen? Ich weiß, es kommen dieses Jahr sehr gute Simulationen raus. Ich kenne eine Bussimulation, die dieses Jahr rauskommt. Die ist ziemlich gut. Die habe ich auf der Gamescom angespielt. Und möchte halt auch gerne, je nachdem wie eure Meinung dazu ist, auch andere Videos hier auf dem Kanal zeigen. Es wird jetzt nicht so eine harte Umstellung sein, dass da jetzt plötzlich Counter-Strike oder COD kommen wird. Das natürlich nicht. Aber ich sage mal, wenn da mal eine Videoreihe GTA kommt, ob das für euch schlimm wäre. Ob ihr ausschließlich wegen Transportfieber hier auf meinem Kanal seid. Wie einfach eure Meinung zu anderen Videos außer Transportfieber seid. Das würde mich auch mal gerne interessieren, weil dann würde ich dann nämlich auch gerne ein Update meiner Videoliste machen. Ich habe hier zum Beispiel ein paar Spiele rumstehen. Wir könnten zum Beispiel eine Angezockt-Reihe machen, wo ich mir, ich habe keine Ahnung, einmal die Woche ein Spiel raussuche. Es muss ja nicht einmal die Woche sein, sondern sagen wir mal zweimal im Monat. Einfach mal so zwischendurch mal was anderes. Dass ich mir einfach mal hinhocke, komplett random mir ein Spiel raussuche oder auch ein Spielvorschlag von euch. Das wäre natürlich auch möglich. Komplett Blind Let's Play. Einfach mal angezockt eine halbe Stunde lang oder je nachdem, wie lange ich durchhalte. Aber ich möchte das natürlich nicht alleine entscheiden. Deshalb gibt es dieses Infovideo und deshalb gibt es auch diese Abstimmungen. Zudem noch eine kurze Frage. Und zwar habe ich mir letztes Wochenende Windrack gekauft. Das ist ein Programm, um seine Modelleisenbahn zu planen. Und da ist natürlich auch die Frage, soll ich darüber eine kleine Videoreihe starten? Möchtet ihr das zum Beispiel gar nicht sehen? Ich zeige euch hier mal einen kleinen Auschnitt von Windrack. Da bitte ich natürlich auch um eure Meinung, ob ihr sowas sehen möchtet oder ob wir einfach bei Transport Fever bleiben sollen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und bis dann. Ciao.